Und Ey, ich will auch den Buggy Boah, ihr Arsch Warte ab Ich fahre im Windschatten Ach, jetzt bin ich schnell ausgestiegen So Ich lauf weiter Ich habe keine Lust mehr mit euch zu fahren Danke Ich glaube wir müssen auf die andere Seite, kann das sein? Ja, kann sein Ich geh nur noch schwimmen Boah, ich will da nur einsteigen Ah, das ist schön Mh Wie entwecken wir hier Wow Oh Jetzt haben wir hier nicht gestartet Ach ne, hier geht's weiter Ah, scheiße Was soll die Scheiße hier jetzt? Eigentlich mal wieder ein bisschen Action hier Hier muss ja jemand in dieses Ding nach oben und dann da irgendwas rübersetzen Das ist auch so, glaube ich Boah, sieben Prozent nur noch Mh Boah Oh, scheiße Oh, scheiße Wo kommt ihr denn alle her? Oh, scheiße Hehehe Lass mich alle umbringen Hey Ey Boah Oh, ich bin unter Wasser Ewig her, wo ich das Spiel im Singleplayer gespielt habe Aua 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 Mami Wie tun mir weh Wie tun mir weh? Wie tun mir weh? Wie tun mir weh? Hehehe Ich bin da hoch Ich bin da hoch Oh, schöner Schuss Boah, legt das bei mir Ist der oben tot? Ja, der oben ist tot Ja, schön Okay, müssen wir hier runter? Ne, ne? Wir müssen hier... Die Alke muss irgendwie aufgemacht werden Ich muss da hoch und das Ding runterlassen Genau Da war doch irgendwas mit so einem Magneten, Woll? Ja, ja, ich muss hier hoch Oder einer muss hier hoch Ah, ist hier los Den Container, ne? Du machst er schon Ich geh in den Container rein Bin ich schon Ich werd die Aussicht hier oben genießen Wer ballert denn hier, wie blöd Jetzt setzt den Kran doch mal da oben in Bewegung, Mensch Komm noch hoch und mach es selber Ja Ja, ich bitte, du Wieso? Funktioniert nicht? Ja, ich komme irgendwie an den Leiter ja nicht hoch Boah, unfähig Ah, Mann Das ist wie... Das ist wie... Das ist wie wieder zeigen, ne? Noch niemals den Leiter aufgegangen, oder was? Geh die Leiter hoch Mann, seid ihr unfähig Was? Ah, cool ich darf Kran fahren Ich glaub das ist nicht so gut, wenn man hier ist Ich glaub das ist nicht so gut, wenn man hier ist Ich krieg das halt da hoch Das ist mich unser Geschmissen im Kenner Aber ich weiß nicht, ich konnte ja die Leiter einfach nicht hochlaufen Da war einfach ein Ende Oh, komm komm Oh, naja Boah, da kriegt man ja Schade Ah, schade So Wir suchen mal mit dem Container mal Gegner abzu Werfen die da jetzt nämlich rauskommen Geht nicht, du schießt mich ab Ich muss mit dem Ding die Brücke runter Was muss... ach ich hätte... oh Dann geh ich jetzt mal hoch Boah, das leckt so Na der Container steht da natürlich toll Ist natürlich nicht schön für die Aufnahme Mach das ordentlich Ordentlich genug Braav Das hast du gut gemacht Fein gemacht Klappe Nur weil ich alles nicht konnte Wie bist denn da die Leiter aufgekommen, das frage ich mich echt Hochgesprungen Du kannst es doch auch, du Wichser Du kannst es doch auch, du Wichser Du kannst es doch auch, du Wichser Ne, sonst hab ich mich selbst gekillt Mein Gott Mein Best Nein, unser Frosch ist tot Boah, ne Best Boah ey, das Schade, dass das nicht so flüssig läuft bei mir das Spiel im Moment Boah Boah Ihr habt alle einen hohen Ping 900er Hoopla Hoopla Vielleicht keine gute Idee, wenn ich den Server aufmache Ja das musste jemand machen mit einem leistungsstarken Rechner Wo sind wir denn jetzt? Hab leider keinen nur auf den rechner kommt es nicht an verbindung klar macht ihr da schon für blödsinn damit was spielst du denn da mit dem stapler rum mit dem mit dem bagger hallo jetzt tue ich mal wegen dir bei dem kran spaun hoppla da stehen ein paar leute ja da kommen wir mal granaten anschmeißen die an dort moment ich hab ne idee granate ihr macht das alle falsch hä nein voll falsch oh oh granate hehehe rakete das lag soo extrem der ist schon umgelegt der ist schon umgelegt ach so ich hab eigentlich gedacht das wäre was anderes ich dachte das wäre irgendwie so ein chill oder irgendwie so und wo müssen wir jetzt da alle mal was Oh 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 Hey Ouch Bis dann, Feinanz. Scheißdinge. Ist er geblieben, ist er tot? Nein. Geht er immer noch. Jetzt ist er tot. Boah, wo ist bohr'n ich denn? Game over, man! Man, jetzt ist doch eine ganz schöne Munition weg. Ist da drinnen nix mehr? Eigentlich brauchen wir, glaube ich, nen Buggy, oder? Wir müssen hier oben irgendwie durchspringen, ne? Naja, das... Haben keinen Buggy. Ja, eigentlich war ja einer zum Übersetzen da. Eigentlich noch Munition. Den Laster können wir nicht nehmen, oder? Der hat gar keine Räder. Ja, den hab' ich auch schon ausprobiert, weil ich dachte, jo, vielleicht ist es ja auch nur ein Bug. Aber... Aber... Ne, die Buggys kannst du ja wunderbar rübersetzen mit dieser Kran-Ansage. Ja, genau. Ach so. Oh, ich bring's euch. Ich geh wieder zum Kran. Mach's weg. Ich glaub du bist später Kranführer. Kranführer! Ich mag den Kran. Yay! Jeder wollte schon immer mal so Kranführer werden. Ja, jetzt sogar ein Buggy direkt auf dem Boot. Jo! Oh ja. Wir brauchen, glaub ich, sogar... An der unten steht sogar noch einer. Hier ist so ne Schlucht, wo man rüberspringen muss. Jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen jetzt, weil... Ich steig schon mal in den Buggy rein. Mal gucken, ob das geht. Ach nö. Kriegst du den? Nicht erwischt. Diesmal war. Warte, warte, warte! Ich will rein! Was soll'n des? Los, nimm ihn! Gleich, wenn du da unten bist, werden dir wahrscheinlich die Goldzähne gezogen. Das geht sogar, das geht sogar! Nimm mal diese Kinder! Ey! Boah! Du Arsch, ey! Du Arsch! Der gute Buggy! Viel mit! Viel mit! Ja, und der Container müsste... Ich weiß nicht, ob man da grad noch durchpasst, oder ob der Container noch weg muss. Seid ihr jetzt schon drüben? Wir warten noch. Wo muss das eigentlich hin? Na, da oben lang. Und dann durch dieses Glasfenster, und dann über die Schlucht da hinten, bei der Brücke. Ja. Hier hin? Ja. Neh mal... Neh mal den roten Container dann noch weg. Kannst du irgendwo hinschmeißen. Ne, ne, den lass' ich da. Neh, ich weiß nicht. Okay. Ich komm nicht mehr an den roten Container dran, das ist jetzt kacke. Pfff, nein. Neh... Ach, muss ich doch. Ja, wir haben's grad so durchgeschafft, aber... Ach, doch, der Fabrik drüber. ...durch das nächst größere Tor kommen wir nicht. Irgendwie lässt er sich so schlecht lenken, ist er irgendwie kaputt, oder? Geh hol' mich mal ab hier du mit der... Ja, ja ich komm' da schon Ich muss sich jetzt noch wischen Ohh oh 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 Nein Ich habe noch mein schöner Sprach Double HineUp in die Aufnahme gemusst. Ah... Jaa, das hab' ich... ...nicht gesehen Gibt's doch nicht... Sohn, jetzt musst du gleich Schwung haben, wenn du da über die Brücke fährst rechts Ey, ihr wartet da auf ren Okay Ach, zur Scheine... ...Weil, ich werd'd justice Ich glaube, ich kann mal ein bisschen mehr Spiek hier, oder? Oh, ein Auto, das Ding drunter. Jetzt komm mal hin! Ja, fahr drunter! Ich kann nicht mehr weiter vor. Danke. Ja, Turbo. Uuaah. Da wird die Tür drauf. Oh! Der Autofahrer. Oh! Hast du ein Turbo gemacht? Oh! Und doch, wir haben Schaukel. Fahr einfach, fahr einfach! Warte nicht durch. Bei der Brücke Turbo benutzen. Ah, jetzt ist kein Auto mehr da, oder? Ah, das ist natürlich totale Scheiße hier, ne? Ah, aber der Buggy ist da. Cool, damit. Ist echt sehr freundlich hier. Turbo ist mit Shift, ne? Ja. Ihr könnt hier eigentlich auf mich warten, oder? Ja, ich warte hier. Bei mir sterbe ich vorher. Ich hänge schon wieder. Ich komm hier nicht weg. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, ich komm hier nicht weg. Nee. Warte. Ach nee, Scheiße. Das ist gar kein Sprengfass. Gibt's irgendwo so'n Sprengfass? Ja. Macht der denn da? Wirf das mal dagegen. Ich probier's jetzt mit dem Sprengfass. Ah, ja. Die beiden da. Toi, jetzt haben wir die Achsen gebrochen. Macht nix. Kann man verfehlen. We're all gonna die! Gefahr, Rage? Nee, okay. Nee, ich bin nicht der Fahrer. Ohhhh. Das ist hier sehr cool. Das sag ich nicht, das sag ich niemals. Ohhhh. Ich hab Shift gedrückt, aber... Hier sah so aus, definitiv. Ich glaub, das dauert noch eine Stunde, bis wir hier durch sind. Ich glaub, so lange hast du keinen Platz mehr für die... Für die Aufnahme. Nee. Die Kärme springt der jetzt rüber. Ah, so nicht. Schiss. Komm, Rage, fahr! Ich kümmer mich mal um die Idee. Oh, pack, jetzt hab ich keine Patronen mehr. Und rüber. Nein! Nein! Steck ein, steck ein! Ja! Ich bin da wieder runtergefallen. Ja, wo bin ich's denn jetzt? Oh, nee, ganz hinten. Und Turbo! Du! Scheiße! Oh, ich war fast früher. Ja, alle, alle. Ach, glaube doch. Ach, glaube doch. Ich bin dann wieder runtergefallen. Nein! Endlich tot. Warum kommen wir denn da nicht rüber? Ah, oder? Also, es geht schon, aber ich bin wieder runtergefallen. Ach, nee. Muss ich jetzt n Buggy da nochmal rüberbringen? Ach, du hast gar nicht die Leiter benutzt, Team. Ach so. Du bist direkt ins Führerheuse. Oh, hoppla, hab ich mich grad gekillt. Ja, du hast mich gekillt, du Arsch! Geil! Oh, scheiße! Was sind wir denn hier? Ich hol doch mal die Buggy's. Ja, wir müssen erstmal die Leute wieder umbringen, die sind da noch drinnen. Ah, mach's dir mal. Ich stoppe mal so lange die Aufnahme, es bringt ja nix, nur weil ich alles doppelt und dreifach habe. Oh, du bist doch ganz nett. Ja, doch, hast recht. Egal. Ja, aber dann wird's an der Festplatte so schnell voll. Ist egal. Was war das denn? Komm ich denn hier wieder runter? Ach, da! Wie geil! Was ist denn Buggy? Jetzt hast du ihn wieder runtergeworfen. Nein! Der steht doch da. Ich finde das nicht nett, dass ihr euren Kranführer abschießt. Ich frage mich, warum die so viel aushalten. Panzerung. Nein, 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 nein. Och, Mann. Oh, diesmal durch die Hand, da sagst du. Ne, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Ah, was ist denn das? Nicht gut. Lackt. Ja, es sind zu viele Gegner da, dann leckt der Server. Buggy ist immer gut. So, die Buggy ist reich. Ah, das leckt total. Oh nein, Granate. Entschuldigung, mein PC ist einfach zu schlecht. Ja, TJ wird dir von den Werbeeinnahmen bald einen neuen kaufen. Ah, genau. Hat er mir versprochen. Oh, okay. Kriegst du ein C64. Ahaha. Ahaha. Oh, ich bin tot. Oh, jetzt müssen wir wegrennen. Kermit, nicht tot gehen jetzt. Ich warte erst, bis ihr da seid. Ja. Wobei, sowie unterschieden wird das jetzt auch nicht. Nochmal ist es. Hört, wie auch nicht, mit stolen Sch prochaines sind. Sehr schön. Vielen Dank.